Sind Sarah Lombardi und Kicker Julian Büscher nun Instagram official? Dass die beiden ein Paar sind, scheint inzwischen zwar eh klar zu sein, immerhin gab es bei einem Fußballspiel bereits einen Kuss in der Öffentlichkeit. Jetzt postete Julian aber auch ein Foto, auf dem Sarah zu sehen ist, zumindest für den aufmerksamen Beobachter. Ein Foto der schönen Sängerin ist nämlich auf seinem Smartphone zu entdecken und dient ihm offenbar als Hintergrund. Süß! Das Foto entstand angeblich in Portugal und neben einem Äffchen und einem Kaffee ist das Datum 15.12.2019 in der Caption zu finden. Ob Julian also nur ein Throwback geteilt hat, als er in Portugal war, oder er damit das Datum verraten hat, seitdem er mit der Ex von Pietro Lombardi liiert ist? Wer weiß! Fans ist das natürlich sofort aufgefallen und die Spekulationen um das Datum scheinen kein Ende zu nehmen. Es bleibt abzuwarten, ob das Paar in Zukunft genauere Details über seine Liebe bekannt gibt oder sie lieber privat halten, was eigentlich auch privat ist. So oder so freuen wir uns natürlich riesig für Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.